Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Part von Blackout aus Black Ops 3. Ohne Witz, wie lange ist diese Scheiße her? Ich glaube, zwei, drei Monate bestimmt, Leute. Oh mein Gott, Leute, endlich ist wieder Blackout am Start. Wie lange habe ich das nicht mehr hochgeladen? Über drei Monate. Ich weiß gar nicht, warum die Serie kam so heftig bei euch an. Die letzte Folge über 11.000 Likes, davor die Folge über 10.000 Likes. Richtig, richtig krank. Und ich bring die Serie einfach nicht mehr. Tut mir auf jeden Fall leid, aber danke für euren ganzen Support. Und wenn ihr Bock habt, da ich diese Serie wieder öfters bringe, dann lasst auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben da. Ich bin so gehypt auf die Serie. Und schreibt mal die Kommentare, wirklich. Spamt die Kommentare voll mit Hashtag Blackout. Macht es auf jeden Fall, würde mich mega freuen. Und wenn ihr Bock habt, dass ich nächste Woche direkt die nächste Folge für euch rausballert, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da bei 7.000 Likes. Das verspreche ich euch. Schaut beim letzten Video vorbei. Das war Road to Triple Nuclear Life, die allererste Folge. Und da würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt wieder Bock. Heute mit der VMP, die war nämlich beim letzten Mal am öftesten gewählt. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei und wählt auf jeden Fall für die nächste Waffe auf. Außer, das ist ganz wichtig, Leute. Aber ich bin auf jeden Fall froh, mal wieder hier Blackout aufnehmen zu können. Habe ich auf jeden Fall mal wieder richtig Bock drauf. Auch wenn ich gerade hier so ein bisschen am rumcampen bin, aber... Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll hier gegen die Gegner. Die pushen nämlich gerade ganz schön auf mich drauf. Aber ich habe mega Bock wieder auf die Serie, Leute. Wenn ihr auch drauf Bock habt, lasst auf jeden Fall mal einen Like da, damit ich einfach sehe, yo, die Serie soll ich auf jeden Fall weiterbringen. Wäre auf jeden Fall nice von euch. Okay, da könnt ihr eigentlich... Da unten... Oh Gott, der hat gesnipet. Okay, das ist jetzt ungelogen. First try. Ohne Witz jetzt, Leute. Das ist first try. Ich schwöre auf alles. Sonst soll mein... Kann da jetzt explodieren. Okay. Haben wir einen. Ein vor Orbit. Also wenn das jetzt direkt klappt, das wäre ab. Nochmal krass. Okay, Orbi haben wir. Nice, Leute. Mit Orbi kann es jetzt losgehen. Zeig dich. Nice. Zeig dich auch. Sauber, Leute. Das ist richtig nice. Also wenn das jetzt hier echt first try klappt, na dann... Dann ist Ende im Gelände, Leute. Dann ist wirklich Ende im Gelände, ey. Ohne Witz, Leute. Dann ist Ende, Mann. Das kann nicht wahr sein. Komm, let's go. Anstreng. Oh shit, ey. Let's do this, Mann. Ich glaube, das sind Passwetti-Boys hier am Start. Ich glaube, die können spielen. Oder auch nicht. Das ist Gruppel los. Also... Nein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wo ist der? Oh mein Gott, Digga. Was ist hier los, Mann? Oh no. Weißt du, dass ich hier bin? Bitte nicht. Einer ist über mir. Oh Gott, er wusste es. Über mir, glaube ich. Ja. Und noch die Wicht. Oh Gott, Orbi wieder. Nein, es stirbt einfach. Was ist runter? Jawohl, sauber, Leute. Das kann nicht wahr sein. Bitte. Leute, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, dass ich diese Serie weiterbringe. Und wieder öfters. Nein! Drei vor Torte. Erster Versuch. Das war ein ungelungen erster Versuch. Ich zeige euch gleich die Statistik. Oh mein Gott, Leute. Was ging denn hier ab? Und ich bin so dumm gestorben. Eigentlich hätte ich das easy erreichen können. Hinter mir. Oh, ein leichter Turner noch zum Schluss. Okay, Leute. Wenn ihr die Serie wieder haben wollt. Ohne Witz. Das wäre jetzt in dreieinhalb Minuten die fucking Nuklear gewesen. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich riesig für 7000 Likes freuen, Leute. Ohne Witz, Leute. Letzten Folgen. Die letzten zwei Folgen. Immer über 10.000 Likes gehabt. Schaffen wir die 7000 Likes für den Restart der Serie. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare, wie ich abgegangen bin. Ohne Witz, Leute. Richtig krass. Und schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. Und ja, Leute. Tut auf jeden Fall die nächste Waffe abstimmen. Und dann würde ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.